Hallo, ich hoffe, dass jetzt hier der Sound wieder halbwegs in Ordnung ist und wollte an dieser Stelle ein paar Gedanken, die ich gerade hatte, kurz mal festhalten. Und zwar habe ich mich letztens selber noch sagen hören, wir sollten verdammt nochmal aufpassen, was wir sagen. Unsere Sprache ist nicht mehr das, was sie mal war und irgendwie führt unsere Sprache, wenn wir noch nicht mal unbedingt so, das ist nämlich der Punkt, mir ist der Schnabel anders gewachsen, als ich ihn heute nutze. Ich habe definitiv als Kind anders gesprochen und an anderes Sprechen gelernt. In den letzten 40 Jahren hat sich ganz maßgeblich in ganz bestimmten Dingen was geändert und selber haben wir sowas ja auch was gemacht. Wir haben diesen hier genommen und haben den Friedensfinger draus gemacht. Und dieses Neusprech, das sehr, sehr anglifiziert ist, auch in unserer Sprache, wir haben sehr viele englische Worte mit reingenommen und den ganz normalen Sprachgebrauch mit reingenommen. Wir haben aber auch wirklich Redewendungen gelernt zu nutzen, die wir uns definitiv mal genauer angucken sollten. Und als Beispiele fallen mir da zum Beispiel eine Redewendung wie, das macht mich krank, im Sinn von, das geht mir auf den Sack, im Sinn von, gefällt mir nicht. Und das Ding ist, dass wir uns das jedes Mal sagen hören und was wir uns sagen hören, und je überzeugter wir das sagen, desto leichter glauben wir das tatsächlich dann auch. Und zwar vor allen Dingen unbewusst, unterbewusst, aber unbewusst meistens. Deswegen rede ich da gerade drüber, damit es uns wieder bewusst wird, dann können wir das nämlich ändern. Wenn ich von irgendetwas sage, dass das nicht im Ansatz das Potenzial hat, mich krank zu machen, dann gebe ich aber genau dieses Potenzial dieser Sache dadurch, dass ich das sage. Wenn also jetzt irgendwelche Leute bestimmte Dinge tun, die mir einfach gegen den Strich gehen und ich dann sage, das macht mich krank, dann ist das tatsächlich so, dass mein Unterbewusstsein entsprechend darauf reagiert, meiner ureigensten Programmierung zufolge. Ne, nochmal, deinen Matrix-Code programmierst du durch deine Sprache selber in deine Matrix rein. Deswegen, lass uns auf unsere Worte achten. Also bloß, weil jemand zum Beispiel halt zu viel englische Worte in der Sprache benutzt, ja, das ist nichts, was mich krank machen könnte. Aber wenn ich dann halt sage, das macht mich krank, wenn Leute sowas machen und ich das dann halt auch noch oft mitbekomme, dann hat das zur Folge, dass ich krank werde. Ich fühle mich genervt, energetisch bedrückt bin und das hat dann hinterher psychische, physische Auswirkungen dann tatsächlich sogar. Ein anderes Beispiel, und wir reden hier sehr, sehr wieder von Placebo- und Nocebo-Effekt, ne, habe ich letztens noch ein Video zugemacht. Ein anderes Beispiel ist eine tugendhaft klingende Redewendung, wo die Tugend wieder sehr in Haft ist, wie die Frau Böckenbiel sagen würde. Nämlich, wenn sich jemand bei mir bedankt, ich dann reagiere mit nicht dafür. Ich erinnere mich daran, dass ich das irgendwann das erste Mal gehört habe von dem Chris und das, weil es so tugendhaft klang, übernommen habe. Erst Jahre später ist mir aufgefallen, dass ich durch diese Reaktion Dankbarkeit abwende, abwehre. Es passiert nämlich was völlig anderes, wenn ich mit Danke gleichfalls, im besten Fall, für mich aus Erfahrung, oder mit Bitte, gern geschehen, antworte. Dann nehme ich nämlich die Dankbarkeit an, und das ist für mich wie eine Währung, das ist wie verschenktes Geld. Das ist Energie, die mir eigentlich geschenkt wird und ich sie dann nicht annehme. Deswegen sage ich, wir verfluchen uns regelrecht durch unsere Redewendungen, wenn wir so sprechen, wie wir das heute antrainiert bekommen, dieses Neusprech. Und der Punkt, der mich gerade eben nochmal drauf gebracht hat, war ein, dass das Neue Normal, und Jenny schrieb darunter, das ist quasi, die framen das Wort gerade, das ist der Hammer auf allen Kanälen. Da können wir dabei zusehen, wie das Neue Normal, wenn wir das so akzeptieren, wenn wir das übernehmen und selbst im Witz sagen, ja, das ist das Neue Normal. Fang gar nicht erst anders im Witz zu benutzen, der Tag wird kommen, da benutzt ihr das nicht im Witz, da benutzt ihr das in Verbitterung, das ist halt das Neue Normal. Und spätestens dann habt ihr das für euch in Stein gemeißelt. Dann ist es für euch zu einer Tatsache geworden, die für euch nicht mehr wegzuixen ist. Das ist dann für euch so. In dem Moment ist es dann für euch real geworden. Absolut perverse Dinge, pervers in der Definition von nicht der Norm entsprechend. Und es werden da die perversesten Dinge, die eigentlich nicht der Norm entsprechen sollten, als das Neue Normal angesehen. Achtet auf eure Worte. Ihr verflucht euch tagtäglich. Das Wort Scheiße ist schon schwierig. Also ne, hier, da seht ihr, ich fuchtel die ganze Zeit mit einem Zauberstab durch die Gegend. Scheiße, 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 Scheiße. Verwandelt alles rum mich rum in Scheiße. Schön, 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 schön. Macht das Gegenteil daraus. Das bin ich, der das tut. Also nicht für euch. Für euch bin, ja, also ich wollte jetzt nicht gerade die Schuld auf, dass alles für euch so scheiße ist. Das seid ihr selber. Das wollt, darauf wollt ihr. Wenn in eurer Wahrnehmung was scheiße ist oder etwas, was euch krank macht oder ihr euch ausgenutzt und undankbar behandelt fühlt, dann liegt es eventuell tatsächlich an euch selber. Wenn ihr demnächst anfangt, Sachen als normal zu akzeptieren, die definitiv nicht auf die Liste der Normalitäten gehören, ihr seid das. Und genau da und auf die Weise. Behaltet es bitte einfach mit im Kopf und im Auge. Wird euch helfen, mir definitiv. Tschüss mit F und bis nächstes Mal.